so ich bin hier mit claudia und claudia in el cabrito la gomera und ich frage jetzt wie viele jahre kommt ihr nach el cabrito zehn jahre ich komme auch zehn jahre hierher zehn jahre in cabrito für urlaub mit familie genau und dann habt ihr in ein prospekt gelesen hier wird was stattfinden die so mit yoga was zu tun yoga yoga yin yoga okay und dann habt ihr euch angemeldet für die nia woche die auch ein bisschen yoga hat und sind so als anfänger gekommen bin ich richtig also richtig keine erfahrung gehabt ich habe nicht mein youtube film davor geguckt habe gedacht das ist einfach schräg wir haben gedacht wir machen da einfach mal mit wir schauen uns an und okay und jetzt sind wir am ende wie war die nia woche auf el cabrito fantastisch das schönste was ich seit lange gemacht habe ich schließe mich dem ganzen an und ganz tolle erfahrung ist fantastisch willkommen wieder auch vielen dank also es ist möglich eine nia woche mitzumachen ohne erfahrung und dieser ort ist einfach fantastisch ich hoffe dass wir uns nächstes jahr sehen ganz bestimmt ganz bestimmt danke schön ciao